Treu Droben im schlesischen Gebirge, wo meilenweit keine Dörfer liegen, sondern nur dann und wann kleine Häuser an den Abhang gebaut sind, wohnt der Holzhauer Hasleloff mit Frau und Kindern. Wenige Menschen haben wohl jemals von ihm gehört oder würden die Hütte finden können, die so viele Menschen beherbergt, obwohl sie so klein ist, und doch lässt sich von dieser Familie mehr erzählen, als von mancher, die in den großen steinernen Häusern der Stadt wohnen. Denn Gott hat auf eine ganz besondere Art ihr Schicksal geleitet. Er hat ein Kind des Hauses, das verloren schien und für ein unbrauchbares Glied der menschlichen Gesellschaft gehalten wurde, zu sich gezogen und einen brauchbaren, rechtschaffenen Menschen aus ihm gemacht. Unter den sechs Kindern des Holzhauers war eins, dem von seiner Geburt an ein schweres Los bereitet schien, es war taub und stumm. Die Eltern, die kaum so viel verdienten, um all die hungrigen Kleinen satt zu machen, waren nicht in der Lage, dem taubstummen Friedel einen besonderen Unterricht zu ermöglichen. Wahrscheinlich hatten sie auch nie von solch einer Möglichkeit gehört. So wuchs Friedel unter seinen Geschwistern auf, ohne dass sich jemand viel um ihn kümmerte. Weil er mit niemandem sprechen konnte und nicht hörte, was man ihm sagte, hielten ihn alle auch noch für dümmer und unverständiger, als er in Wirklichkeit war. Zwar hatte es für ihn eine Zeit gegeben, die nicht ganz so traurig und öde gewesen war wie die jetzige, das war die Zeit gewesen, wo seine eigene Mutter noch gelebt hatte. Denn die jetzige war die zweite Mutter der Kinder und damals war Friedels Gefühlsleben geweckt worden. So gut auch die jetzige Frau des Holzhauers für die Kinder sorgte, so wie die erste verstand sie es nicht, sich mit dem taubstummen Jungen zu beschäftigen. Bei der großen Arbeit, die von ihr gefordert wurde, konnte man das auch kaum verlangen. Daher erlosch auch das eben erst geweckte Verständnis Friedels. Er wurde von Eltern und Geschwistern immer mehr als eine unnütze Last betrachtet. Heute aber schienen auch seine Kräfte in Anspruch genommen zu werden, denn er stand mit einem großen Korb erwartungsvoll im Kreis seiner Geschwister vor der Tür und schaute der Mutter entgegen. Sie kam eilig den steilen Bergweg hinauf. Am frühen Morgen war sie mit einem großen Pack selbstgesponnener Leinwand zur Stadt gewandert, um sie dort abzuliefern und Einkäufe für den Haushalt zu machen. Nach ihrer Rückkehr, so hatte sie den Kindern versprochen, sollte endlich die Pflaumenernte beginnen. Draußen, im kleinen Gärtchen am Abhang hinter dem Hause hingen die dunklen Früchte an den Bäumen in diesem Jahr besonders reichlich. Sie sollten geschüttelt und aufgelesen werden. Man wollte Pflaumenmus davon kochen. Kein Wunder also, dass die Heimkehrende mit Freuden empfangen wurde. Und schon begann die Ernte. Friedl war einer der Eifrigsten dabei. Kräftig umfasste er die Stämmchen und schüttelte die blauen Früchte, um sie dann mit den Geschwistern um die Wette aufzulesen. Die kleine dreijährige Ursel sammelte schon fleißig mit. Manche der reifen Früchte verschwanden dabei in hungrigen Kindermündchen. Unter Scherzen und Lachen wurden die gefüllten Körbe ins Haus getragen und in den Kessel auf dem Feuer geschüttet, wo nun die Arbeit für die älteren Mädchen begann. Stolz nahmen sie ihren Platz auf der Ofenbank ein, von wo aus sie mit großen Holzkellen das Umrühren der Früchte besorgen konnten, um sie vor dem Anbrennen zu schützen. Die lebhafte kleine Ursel wollte es den großen Mädchen gleich tun und geriet dabei jeden Augenblick in Gefahr, dem Feuer zu nahe zu kommen. Unwillig blickte sich die Mutter nach Friedl um, der die Aufsicht über das Schwesterchen führen sollte. »Wo steckt der Junge wieder?« rief sie. »Kann er nicht auf Ursel aufpassen? Wozu taugt er sonst?« Und als die Geschwister ihn durch Anstoßen und Zeichen aufmerksam gemacht hatten, wurde ihm das Kind übergeben. Die Mutter, die ihm Eifer noch oft vergaß, dass Friedl gegenüber Worte umsonst waren, rief ihm heftig nach. »Dass du mir die Ursel nicht wieder in die Küche kommen lässt!« »Wenn das Muß anfängt zu kochen, spritzt es leicht heraus und verbrennt das Kind schließlich noch.« Der Befehl war aber leichter gegeben als ausgeführt. Das verwöhnte kleine Ding hatte durchaus keine Lust, von dem allgemeinen Vergnügen ausgeschlossen zu werden. Mit Neid sah sie die Schwestern das appetitlich duftende, zischende Pflaumenmus umrühren. Und Friedl musste sie endlich mit Gewalt auf den Arm nehmen und eine Strecke weit vom Haus forttragen. Mit Händen und Füßen stieß und zappelte das beleidigte Kind und machte Friedls Aufgabe immer schwerer. Endlich hatte er es geschafft, sie auf eine kleine Wiese niederzusetzen. Nun versuchte er, sie auf andere Gedanken zu bringen. Friedl betrachtete seine kleine Schwester als sein besonderes Eigentum. Sie war ihm damals von der Mutter übergeben worden, als er selbst an ihrem Sterbelager gestanden hatte und auf das wenige Tage alte Schwesterchen schaute. Die Mutter hoffte damals, dem taubstummen Knaben einen Ersatz für das geben zu können, was ihm versagt war. Sie legte das kleine Baby in seine Arme und gab ihm durch Zeichen zu verstehen, dass er es lieben sollte. Das hatte Friedl auch getan. Mit brüderlicher Zärtlichkeit hatte er über die Kleine gewacht. Die zweite Mutter hatte bald bemerkt, dass sie an ihm eine Hilfe hatte. So wurde Ursel immer mehr seiner Obhut übergeben. Ja, er wurde sogar verantwortlich gemacht für jede Unart des Kindes. Er nahm also auch heute die ganze Mühe auf sich und versuchte, ihre Gedanken von den Pflaumen abzulenken. Er pflückte ihr von den üppig blühenden Glockenblumen, aber Ursel stieß sie ungeduldig zur Seite. Er ließ sich auf seine Knie nieder und stützte sich mit den Händen, damit sie auf seinen Rücken reiten konnte. Doch immer wieder versuchte sie, in die Küche zurückzukommen. Mit unermüdlicher Geduld brachte Friedl sie jedes Mal zurück. Hätte er ihr wenigstens gut zureden können, wäre seine Aufgabe leichter gewesen. So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich immer wieder neue Spiele zu überlegen, um sie abzulenken. Er schnitt ihr von dem Schlehenbusch ein Stöckchen ab. Eine Zeit lang schlug der kleine Trotzkopf da mit den Blumen die Blüte ab. Friedl ruhte sich ein wenig aus. Nicht lange konnte er die Ruhe genießen. Sein kleiner Quälgeist begann von neuem, ihn in Anspruch zu nehmen. Der Stock war zerbrochen. Er musste wieder etwas Neues erfinden, um das Kind zu unterhalten. Zum Glück bemerkte er jetzt ein Stück Papier in seiner Tasche. Das brachte ihn auf einen glücklichen Gedanken. Wie gut, dass er das Papier eingesteckt hatte, als seine Mutter es beiseite legte. Ein kleines schwarzes Bild darauf hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Lesen konnte er nicht. Er sah immer verwundert zu, wenn seine Geschwister solche sonderbaren Zeichen in ihre Hefte schrieben. Aber ein Bildchen hatte für Friedl einen großen Reiz und so hatte er auch dies Zeitungsblatt sorgfältig verwahrt, um es gelegentlich anschauen zu können. Jetzt zog er es aus der Tasche und lenkte Ursels Blick darauf. Dann fiel ihm noch etwas Schönes ein. Er faltete das Papier so lange, bis daraus ein kleines Kästchen entstanden war. Dabei sah Ursel ihm aufmerksam zu. Jetzt wurde noch ein Bindfaden in die eine Seite des Kästchens geknüpft und der kleine Wagen, den sie mit Gras und Blumen füllen konnte, war fertig. Friedl sah stolz auf sein gelungenes Werk. Wäre ein Maler vorbeigekommen, hätte er vielleicht von den beiden Kindern ein Bild gemalt, die da so sorglos dicht am Rande des Abhanges auf der Erde lagen. Eifrig beschäftigt mit dem einfachen Spielzeug. Vielleicht hätte er sie auf die Gefahr aufmerksam gemacht, in der sie schwebten. Aber die Kinder in den Gebirgen sind Abgründe und schmale Fußpfade gewöhnt. So ließ Friedl die Kleine um sich herum spielen, froh, dass sie endlich die Pflaumen vergessen hatte. Aber heute war Ursel ungewöhnlich böse. Kaum hatte sie das Wägelchen aus Papier in ihren Händen, war ihre Freude auch schon vorüber. Die alte Unart kam wieder zum Vorschein. Mit einem Griff hatte sie die ganze Arbeit ihres Bruders zerstört. Friedl stand für einen Augenblick wie versteinert da. Dann entriss er ihr das zerdrückte Zeitungsblatt, er war mit seiner Geduld am Ende. Durch Worte konnte er seinen Zorn nicht ausdrücken. Ein Schlag, ein Stoß nach dem kleinen Wesen, von dem er sich drei Jahre lang hatte tyrannisieren lassen, und dann war Ursel plötzlich verschwunden, den Abhang hinabgestürzt. Ein paar Mal sah er noch das rote Röckchen hier und da zwischen den Sträuchern und Felsen leuchten. Dann schlug er entsetzt die Hände vor die Augen. Denn in der nächsten Sekunde musste das Kind unten angelangt und in das steinige Bett des wild dahinstürzenden Baches gefallen sein. Da trat die Mutter vor die Tür. Voll Schrecken, sah Friedl zur Mutter. Dann plötzlich, wie von Furien gejagt, rannte er den Fußpfad weiter fort in den Wald hinein, zwischen Buchenstämmen hindurch, ohne auf den Weg zu achten. Immer weiter, nur fort von dem Ort, wo das schreckliche Unglück geschehen war. Armer Friedl, armes Kind, es war in den einsamen Bergen aufgewachsen wie die stumme Kiefer, die nicht weiß, warum und für wen sie grünt und wächst. Niemand hatte den taubstummen Buben gesagt, da oben im Himmel wohnt der große Gott, der sich geschaffen hat. Denn seine Eltern und Geschwistern konnten ihm das nicht durch Zeichen deutlich machen. Sie konnten ihm drohen und ihn strafen, wenn er böse war, aber erklären konnten sie ihm sein Unrecht, seine Sünden nicht. Friedl wusste nur, dass sein Vater ihn geschlagen hatte, wenn er mit seinen Geschwistern zankte oder ungehorsam war. Die Furcht vor der Strafe lehrte ihn, das Rechte zu tun. Doch jetzt war viel Schlimmeres geschehen. Er hatte Ursel, seine liebe kleine Ursel, den Berg hinabgestoßen. Er hatte gesehen, wie das erschrockene Gesichtchen blutete vom Aufschlagen auf die spitzen Steine. Und er wusste, dass sie in das reißende Wasser stürzen musste. Wie würde ihn der Vater und die Mutter bestrafen? Die Angst vor der Strafe allein war es, die Herz und Sinn des Jungen erfüllte und die ihn antrieb, immer weiter und tiefer in den Wald hineinzulaufen. Wenn Friedl gewusst hätte, dass all sein Verbergen, seine Flucht nichts half vor dem Auge des einen, der alles weiß und sieht, dann hätte er wohl nicht das Vaterhaus verlassen. So wanderte er in die fremde, kalte Welt, wo niemand ihn kannte, wo er so verlassen und einsam dastand wie ein kleines Lämmchen, das sich von der Herde verirrt hat. Es wurde dämmerig im Wald. Friedl lief noch immer weiter. Wohin er wollte, wusste er ja selbst nicht. Er kannte keine Namen, weder des Landes noch des Ortes, in dem er lebte. Er wusste nicht den Namen seiner Eltern, ja nicht einmal, wie er selbst hieß. Er ahnte nicht, dass der himmlische Vater über ihn wachen würde, auch wenn er dem irdischen Vater fortlief. Er lief nur immer geradeaus, bergauf, bergab durch Buchen und Kieferwäldern. Er weinte, solange er weinen konnte, weil er sich so unglücklich fühlte, und als er keine Tränen mehr hatte, seufzte er tief und schwer, als wolle ihm das Herz brechen. Schon standen die Sterne am Himmel, als der Wald anfing, sich zu lichten. Bald sah er eine lange, mit Bäumen bepflanzte Landstraße vor sich. Auf dieser ging er weiter. Zuweilen fuhr ein Lastwagen an ihm vorüber, manchmal kam auch ein einzelner Wanderer ihm entgegen. Aber keiner kümmerte sich um ihn. Friedl war auch viel zu schüchtern, sich jemandem zu nähern, und verständlich machen konnte er sich ja doch nicht. Endlich, als es schon ganz finster war, erblickte er vor sich eine Menge Lichter, die sich hin und her bewegten. Er war zur nächsten größeren Stadt gelangt. Die Lichter gehörten zum Bahnhof. Dort fuhr gerade der Schnellzug ein, der durch einen großen Teil Schlesiens hindurch nach Berlin fährt. Davon hatte Friedl natürlich keine Ahnung. Mit großen Augen blickte er auf die Eisenbahnwagen im Dunkel der Nacht. Gott hatte ihn so geführt, dass er nicht auf den Schienen lief. Dann hielt der Zug. Menschen stiegen aus und ein. Friedl hatte noch nie so viele Menschen gesehen. Furcht erfasste ihn, als einer der Bahnbeamten die Laterne hob und ihm verwundert ins Gesicht leuchtete. Wieder hatte er nur den einen Wunsch, sich zu verbergen. Eine Wagentür stand offen. Kisten und Ballen füllten den Raum dahinter. Ohne sich lang zu besinnen, schlüpfte er hinein. Er war froh, als er sah, wie von außen die Türe geschlossen wurde. Ein eigentümliches Gefühl überkam ihn plötzlich, als der Zug sich in Bewegung setzte. Um ihn war tiefe Finsternis. Das Fahrgeräusch konnte er nicht hören, aber das Schwanken des Wagens machte ihn schwindelig. Er tastete um sich, um sich irgendwo festzuhalten. Er fühlte neben sich etwas Weiches, ein Sack oder eine Decke. Erschöpft sank der arme Junge darauf nieder, und die schaukelnde Bewegung des Zuges wiegte ihn in den Schlaf. Es war Tag, wie er durch ein kleines Fenster an der Decke des Wagens sah, als er aufwachte. Ein frischer Luftstrom strich über ihn hinweg. Erstaunt richtete er sich auf und bemerkte, dass die Tür geöffnet wurde. Einige Männer fingen an, Kisten und Ballen auszuladen. Der Zug hatte seinen Zielort erreicht. Friedl war in Berlin. Mit der Erinnerung an die Ereignisse des gestrigen Tages beschlich den Jungen wieder die alte Furcht. Würde man ihn wohl zum Vater zurückbringen, fragte er sich ängstlich. Nur wenige Kisten standen noch im Raum, hinter denen er sich verstecken konnte. Ihm wurde klar, dass in der Flucht die einzige Rettung lag. In dem Moment, als die Männer ihm den Rücken zukehrten, sprang er aus dem Waggon und lief, so schnell er konnte, durch die wartenden Menschen hindurch und stand nun auf einer der belebtesten Straßen Berlins. Wir können uns kaum vorstellen, wie das an Einsamkeit gewöhnte Kind sich fühlte. Gottes Hand musste ganz besonders mild und gütig den unglücklichen Jungen leiten, dass er die nächsten Stunden nicht hundertmal in Lebensgefahr geriet. Unter dem Gewirr von Pferden und Wagen schritt unser tauber Freund ahnungslos dahin und betrachtete staunend alles Fremde. Immer wieder wurde er zur Seite geschoben, wenn die Gefahr bestand, unter die Hufe der Pferde oder die Räder der schweren Wagen zu kommen. Er war stundenlang von Straße zu Straße gelaufen. Heißhungrig hatte er die Auslagen in den Geschäften betrachtet. Das Letzte, was er gegessen hatte, waren am gestrigen Tag ein paar Pflaumen gewesen. Aber er hatte gelernt, nie etwas zu nehmen, was ihm nicht gegeben wurde. Traurig, hungrig und verlassen schlich er weiter. Von den Türmen ringsum schlug es gerade zehn Uhr, als er vor einem großen Gebäude stehen blieb. Erstaunt sah er, wie aus einer weit geöffneten Tür Jungen in seinem Alter hinaus stürmten. Sie rannten und spielten miteinander. Alle hatten große Butterbrote in den Händen. Es waren Schüler einer Schule, die gerade Pause hatten. Der Schulhof war mit einem hohen Gitter umgeben. Friedel lehnte daran und schaute den Jungen zu. Warum weinst du? fragte plötzlich eine Stimme und zwei große Augen blickten ihn an. Friedel, der natürlich die Frage nicht gehört hatte, schüttelte nur traurig den Kopf. Bist du nicht in der Schule gewesen? Ist euer Unterricht schon zu Ende? fragte der Schüler. Aber auch darauf schwieg Friedel. Nur seine Augen blickten verlangend auf das große Butterbrot. Ohne weiter zu fragen, schob der Junge sein Frühstück durch die Gitterstäbe. Dass Friedels Augen froh aufleuchteten und er rasch in das Brot biss, zeigte dem Jungen, dass er richtig gehandelt hatte. Vergnügt sprang er davon und hatte Friedel schnell vergessen. Es war am Abend desselben Tages, in einem hübschen Haus, das von einem schönen Garten umgeben war, saß Frau von Marheim und las beim Schein der Lampe am Tisch. Ihr gegenüber saß ihr zwölfjähriger Sohn Rudolf. Er beschäftigte sich mit seinen Büchern und machte Hausaufgaben. Es war der Junge, der am Morgen so bereitwillig sein Frühstück verschenkt hatte. Die Mutter beobachtete zwischendurch ihren Sohn. Du bist heute merkwürdig zerstreut und unruhig, Rudolf, sagte sie endlich. Du könntest längst fertig sein, wenn du nicht immer an etwas anderes denken würdest. Beeile dich, mein Junge. Gleich bin ich soweit, nur noch eine lateinische Übung, erwiderte er verlegen. Sinnen stand die Mutter auf und trat ans Fenster. Sie war von ihrem einzigen Sohn gewöhnt, dass er ihr völlig vertraute. Sie lebte nur für ihn, seit ihr Mann vor acht Jahren gestorben war. Bis jetzt hatte Rudolf ihr immer alle Erlebnisse, Freuden und Kummer erzählt. Er tat es nicht immer sofort, doch spätestens abends, wenn sie zusammen gebetet hatten, berichtete er der Mutter alles. Als kleiner Junge war der Platz hier am Fenster gewöhnlich sein Beetstübchen gewesen, denn die Mutter war gelähmt und konnte ihr Zimmer nicht verlassen. Langsam, nur am Stock, bewegte sie sich innerhalb dieses Zimmers. Deshalb hatte Rudolf dort gebetet, weil seine Mutter ihn nicht zu Bett bringen konnte. Seitdem Rudolf nun älter war und sein Gebet für sich sprach, war das Beetstübchen hier und da benutzt worden, wenn Mutter und Sohn sich etwas ganz allein zu sagen hatten. Manchmal eine Ermahnung oder einen Tadel. Manchmal hatte Rudolf auch eine Bitte. So blickte er jetzt der Mutter erfreut nach, bis er sie auf ihrem Lieblingsplatz sah. Er kannte ihre Gedanken ganz genau, er wusste, dass sie besorgt war. Sie hatte bemerkt, dass er etwas auf dem Herzen hatte. Nun folgte er ihr zögernd und setzte sich auf den kleinen Schemmel dicht neben sie. Mutter, ich muss dir etwas sagen. Was denn, mein Liebling? Erwiderte sie sanft und strich die blonden Haare aus der Kinderstirn. Ich habe etwas getan, was ich eigentlich geheim halten wollte und nun drückt es doch mein Gewissen, ob es recht ist. Ich habe jemand erlaubt, unten im Gartenhäuschen zu schlafen. Ich habe ihm heimlich Abendbrot hingetragen, was ich mir von der Köchin geben ließ, aber nun ist mir bange, ob ich es durfte, ohne dich zu fragen. Bist du mir böse? Frau von Marheim atmete erleichtert auf. Sie hatte schon befürchtet, Rudolf könnte etwas Schlimmeres getan haben. Sie fragte erstaunt, Wer ist es? Wen hast du dort eingelassen und warum hast du es heimlich getan? Rudolf verbarg sein Gesicht in den Händen und sagte beschämt, Ich wollte so gern mal etwas Gutes tun, etwas, worüber der Herr Jesus sich freuen sollte. Er hat doch gesagt, dass wir uns der Armen annehmen sollen und die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Deshalb wollte ich nicht davon sprechen, dass ich dem armen, taubstummen Jungen mein ganzes Geld geschenkt habe. Außerdem habe ich ihm auch ein Nachtlager im Gartenhaus gegeben, doch ich merke schon, dass ich ihm allein nicht weiterhelfen kann. Es ist gut, dass du mir alles gesagt hast, antwortete die Mutter. Wenn du erwachsen bist, kannst du selbstständig entscheiden, was zu tun ist, doch Kinder müssen sich von den Eltern raten lassen, sonst entsteht mehr Schaden als Nutzen. Wer weiß, ob du dein Geld nicht einem Lügner geschenkt hast, der uns in der Nacht bestiehlt. Rudolf schüttelte lachend den Kopf. Der arme Junge stiehlt nicht. Er war todmüde, er ist sofort eingeschlafen. Ich habe eben noch nach ihm geschaut und sah, dass er sich noch nicht gerührt hat. Er sieht so ehrlich und so traurig aus. Er ist bestimmt kein schlechter Junge. Dann erzählte er, wie er den Fremden zuerst gesehen hatte. Ich hatte ihn ganz vergessen, als ich heute Mittag wieder ins Gymnasium ging. Da sah ich ihn auf demselben Fleck stehen wie am Morgen. So wie er mich sah, leuchtete sein ganzes Gesicht. Wahrscheinlich dachte er, ich hätte wieder ein Butterbrot für ihn. Um vier Uhr stand er noch da und ich redete ihn an. Erst jetzt merkte ich, dass er nicht sprechen und nicht hören konnte. Wahrscheinlich ist er mir gefolgt, als ich nach Hause ging, denn wie sollte er sonst hier an unsere Gartentür gekommen sein? So oft ich oben vom Fenster hinab schaute, sah ich dasselbe traurige Gesicht. Immer wieder schaute ich hinaus. Jedes Mal hob er die Arme um vor und hielt mir die gefalteten Hände entgegen. Es ist wohl die einzige Art, wie er eine Bitte aussprechen kann. Als es schon bald dunkel wurde, ging ich nach unten. Ich wollte ihn fortschicken, nachdem ich ihm ein paar Groschen gegeben hatte. Aber er scheint gar kein Geld zu kennen. Er klammerte sich nur an mich und streichelte mir die Hände. Er schien solche Angst zu haben, mich aus den Augen zu verlieren. Da führte ich ihn in die leere Stube im Gartenhaus. Sehnsüchtig betrachtete er das Bett. Er machte Zeichen, dass er schlafen wolle. Da fiel mir ein, dass er vielleicht keine Heimat hat oder dass er sie verloren hat. Ich konnte mich ganz gut mit ihm verständigen, obwohl er kein Wort spricht. Er scheint ein kluger Junge zu sein. So holte ich eine kleine Lampe und einen Teller Suppe aus der Küche. Da hättest du sehen sollen, wie er darüber herfiel. Gewiss hatte er den ganzen Tag noch nichts gegessen, als nur mein Butterbrot. Dann legte er sich auf das Bett und ich sah, dass er im Begriff war, einzuschlafen. Rudolf machte eine kleine Pause in seinem Bericht. Aber die Mutter sah, dass er noch nicht fertig war. Mit flüchtigem Erröten fügte er noch schnell hinzu. Ich dachte, er würde beten, aber er tat es nicht. Ich legte ihm die Hände zusammen und zeigte nach oben, weil ich glaubte, er hätte es nur aus Müdigkeit vergessen. Aber er verstand mich nicht. Er lächelte wie ein kleines Kind und nickte mir zu, aber beten konnte er nicht. Er ist wahrscheinlich so alt wie ich, sieht sogar noch größer und kräftiger aus. Aber ich glaube, er kennt weder Gott noch den Herrn Jesus. Mutter, denke doch, wäre das nicht schrecklich traurig? Frau von Marheim hatte Mühe, den erregten Jungen zu beruhigen. Schicke den armen Jungen nicht fort, bat er immer wieder. Er ist so unglücklich, wenn er auch nicht betet, er ist gewiss nicht schlecht. Er hat so gute, treue Augen. Den kleinen Fremden aus ihrem Hause fortschicken, daran dachte Rudolfs Mutter nicht. Durch ihren alten Diener ließ sie sich überzeugen, dass das fremde Kind fest schlief, doch sie selbst wusste nicht, was weiter mit ihm werden sollte. Am anderen Morgen ließ sie ihn zu sich kommen. Sie versuchte, etwas über seine Herkunft von ihm zu erfahren, doch vergebens. Wie sollten sie sich verständigen? Er gab wohl durch Zeichen an, wann er Hunger hatte, auch konnte er zeigen, wie sein kleines Herz an Rudolf hing, aber von seiner Heimat in den Bergen, von Eltern und Geschwistern, von dem Grund, warum er sie verlassen hatte und wie er hierher gekommen war, davon konnte er nicht berichten. Frau von Marheim versuchte durch die Polizei herauszufinden, woher der Junge kam. Man glaubte zunächst, er habe sich verlaufen und käme aus einem der entfernten Stadtteile Berlins, aber nirgends war eine Spur zu finden, die zu seinen Eltern geführt hätte. Kein Junge war als Vermiss gemeldet, niemand wusste etwas von einem taubstummen Kind. Überall wurden große Zettel an Säulen und Bäume geheftet mit der Beschreibung Friedels, wie er gefunden worden war. Frau von Marheim hatte erlaubt, dass der fremde Junge erstmal bei ihr blieb, bis sich die Angehörigen melden würden. Überall versuchte Friedel in seiner stillen und freundlichen Art, sich nützlich zu machen. Mit rührender Fürsorge und Geschicklichkeit schob er den Rollstuhl der kranken Dame, die ihn so gütig aufgenommen hatte, durch den großen Garten. Er suchte ihr jeden Wunsch, von den Augen abzulesen. Doch wenn die Zeit kam, in der Rudolf aus der Schule kam, hielt ihn nichts zurück. Da musste er am Gartentor stehen und auf ihn warten. Stolz trug er ihm die Schultasche ins Haus. In ehrfurchts voller Bewunderung saß er neben ihm, jede Bewegung seiner Hand und seiner Lippen verfolgend, wenn er schrieb oder las. Seine Dankbarkeit gegen ihn kannte keine Grenzen. Wenn Rudolf es erlaubt hätte, hätte Friedel ihn bedient wie ein kleiner Sklave. »Wüssten wir wenigstens, wie er heißt?« sagte Frau von Marheim. Rudolf überlegte an einem neuen Namen. »Am liebsten würde ich ihn Dienstag nennen, wie Robinson seinen fremden Freitag nannte, weil ich ihn an einem Dienstag gefunden habe. Oder vielleicht könnten wir ihn Amikus nennen, denn er soll mein Freund werden, sobald er schreiben und lesen kann und den Herrn Jesus kennt.« Doch die Mutter wollte alle diese Vorschläge nicht annehmen. Sie beobachtete, dass Friedel, sobald ihr Sohn das Wort »treu« aussprach, aufzumerken schien. »Er soll treu heißen, Mutter«, bat Rudolf, »denn seine Augen sehen so treu aus. Das habe ich gleich am ersten Tag gesehen, deshalb konnte ich ihn auch nicht wegschicken.« Und dabei blieb es. Keine Polizei, keine Nachforschung brachte einen Erfolg. Jeder zuckte die Schultern und meinte, »Der Junge muss ins Armenhaus. Wer kann und wird das viele Geld bezahlen, um ihn in eine Taubstummenanstalt zu bringen? Dort würde er zwar lernen, sich zu verständigen, dann könnte er auch später aufschreiben, wohin er gehört.« Jeder nannte ihn einstweilen treu und bedauerte, dass aus dem aufgeweckten, liebenswürdigen Kind nichts anderes werden sollte, als ein Bewohner des Armenhauses. Nur Frau von Marheim und Rudolf schwiegen dazu. Oft dachten sie an die Zukunft des Jungen und als eines Tages die Nachricht eintraf, dass wieder alle Nachforschungen vergeblich gewesen waren, kam Rudolf zu seiner Mutter. Sie saß sinnend an ihrem Fensterplatz. Da schlang Rudolf beide Arme um ihren Hals und bat mit leiser Stimme, »Mutterchen, wir verlassen treu doch nicht.« Während Friedel am großen Tisch saß und in einem Buch blätterte, ahnte er nicht, dass über seine Zukunft entschieden wurde. »Du weißt, Rudolf«, sagte die Mutter ernst, »dass ich nicht gern etwas unternehme, das sich nicht mit Ausdauer und Energie zu Ende führen kann. Du bist alt genug, um zu wissen, dass ich zwar wohlhabend, aber nicht reich genug bin, um die Erziehung dieses Jungen mit zu übernehmen. Du und ich, wir beide müssen uns Opfer auferlegen. Wirst du immer bereit sein, deinen Teil daran zu tragen?« Rudolfs Augen blickten zum Tisch, wo der arme Junge saß. Er hörte nicht, wie sie über seine Zukunft sprachen. Ein tiefes Erbarmen lag in Rudolfs Blick. Dann sagte er ernst, »Mutter, er kann ja Gott nicht kennenlernen, wenn er die nicht versteht, die ihm von Gott erzählen. Du weißt, wie gern ich ein Prediger des Wortes Gottes würde. Sollte ich da nicht bereit sein, kleine Opfer für meinen Lieben treu zu bringen?« Da hatte die Mutter sich entschieden. Am anderen Tag erkundigte sie sich nach einer Schule für Taubstumme. Am nächsten Abend erhielt Rudolf die Einwilligung seiner Mutter, den Jungen zu versorgen. Da beobachtete Rudolf, wie treu mit Tränen in den Augen auf ein Blatt eines Buches starrte. Es zeigte eine bergige Landschaft. Als Frau von Marheim die tiefe Bewegung auf Treus Gesicht sah, kam ihr zum ersten Mal der Gedanke, dass seine Heimat gar nicht in Berlin, sondern viel weiter entfernt lag. Sie beeilte sich nun, ihn recht bald in den Taubstummen-Institut unterzubringen. Wenn er erst gelernt hat, sich zu verständigen, wird wohl auch Licht in seine Vergangenheit fallen, dachte sie. Zu Rudolfs größter Freude wurde vereinbart, dass Treu so oft wie möglich kommen sollte, damit Frau von Marheim sich selbst von seinen Fortschritten überzeugen konnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.sdc.org Untertitelung des ZDF für funk, 2017 muchos